So zeigen möchte ich hier, wie fünf Lokomotiven in ein Abstellgleis fahren. Zwei, nicht eins. Das ist hier. Und ich mache das alles automatisch mit Wendigibett. So, schauen wir mal. Die erste Lok kommt, fährt ein und hält. Jetzt müsste die zweite Lok kommen und fährt auf das andere Gleis. Alles automatisch und hält. So, die nächste ist unterwegs. Das ist dann Nummer drei. Und hält. Einen gewissen Abstand auch noch ein. Dann kommt Nummer vier. Die fährt wieder auf das linke Gleis. Und Nummer fünf ist unterwegs. Die fährt jetzt normalerweise wieder auf das rechte Gleis. Das kann ich nicht bestimmen. Das bestimmt die Automatik. Doch, das kann man doch bestimmen. So, alle fünf drin. Und die fahren auch alle wieder weg. Ganz von alleine. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, darauf zu warten. Aber darum muss ich hier so ein bisschen Quatsch erzählen. Höchst interessant. Die nächste fährt raus. Und immer, wenn irgendein Kontakt auf der anderen Seite frei ist, den kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich sonst so viel hin und her wedle mit der Kamera, dann fährt die nächste raus. Das ist eine Strecke von ungefähr vier Metern, die jetzt zurückliegt. So, jetzt müsste sie losfahren. Ihr habt es erreicht. Es geht die Strecke über den Hauptbahnhof ins Abstellgleis. 1,80 Meter. Dann geht es links rum in das andere Abstellgleis. Da reilen sich auch fünf auf. Genauso wie hier. Und ich warte immer auf die, die zurückkommen. So, gleich sind alle weg. Und dann ist auch das Video zu Ende. Und nochmal. Erst muss man den Bahnhof überquert haben. Jetzt. Die Lok ist verschwunden. Und ich beende das Video. Jetzt. 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 Jetzt.